Wir können uns aber auch in der Werbung umziehen. Ja. Ja, was heißt das jetzt? Sollen oder können? Du moderierst nochmal, dass ihr die Werbung... Achso, jetzt ziehe ich doch noch die Hose. Schön, dass ihr... Ja. Du moderierst, ja, da höre ich schon raus, noch moderierst du. Nein, 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 nein. Ja, bitte, Werbung, damit der Antrag sich in Ruhe umziehen kann. Gleich geht es prickelnd weiter mit Schöfer-Ufer-Weizen und Tifu-Spiefi. Was, wenn der Weihnachtsmann bei dir zu Hause wohnt? Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Weihnachtsmann über Bord. Samstag, 20.15 Uhr in Sat.1. Das kann ich auch. Easy Credit. Der clevere Kredit mit Sofortzusage. Sagrotan präsentiert Fakten des Lebens. Fakt ist, sich eine Erkältung einzufangen, ist ein Kinderspiel. Fakt ist, Bakterien übertragen sich im Handumdrehen. Sagrotan-Spray beseitigt in 30 Sekunden auf Oberflächen 99,9 Prozent aller Bakterien und Erreger. Auch die, die Magen-Baum-Infektion und Erkältung hervorrufen. Fakt ist, je größer das Kind, desto schlimmer die Krankheit. Winterzeit ist Erkältungszeit. Sagrotan. Hygiene zum Wohlfühlen. Ferreiro-Küsschen. Knackig, nussig, nicht zu süß. Guten Freunden gibt man ein Küsschen. Oder zwei. Oder drei. Ich bin Klaus Gronewald. Ich habe eine wunderbare Frau und einen tollen Job. Ich moderiere die Bundesliga im DSF. Auf allen Wegen begleitet mich meine große Liebe. Der Fußball. Und meine Schuhe von Young Spirit. Klaus Gronewald moderiert Bundesliga der Sonntag im DSF. Und trägt Schuhe von Young Spirit. Natürlich bei Reno. Klaus Gronewald moderiert Bundesliga der Sonntag im DSF. Doch, das Foto-Handy Motorola V525, jetzt bei Vodafone für nur 49 Euro. 1000 Geschenkideen, über die sich deine Lieben freuen werden. Jetzt bei Ikea. Ikea, wohnst du noch oder lebst du schon? Nutzen Sie die Riesenvorteile der Rewe-Haushaltskarte. Bargeld, Luxusreisen, Rabatte, Flüge und Autos. Holen Sie sich die Rewe-Haushaltskarte. Kostenlos in allen Märkten der Rewe-Welt. Der Herr der Ringe. Die zwei Türme. Die 42 Minuten längere Fassung. Für den Dorn! 7 Stunden DVD-Bonus-Material. Erfürchte, was du werden könntest. Die Special Extended Edition auf GVD und Video. Die Sat.1 Musik-Redaktion empfiehlt. Cliff Ritchett, das ultimative Weihnachtsalbum. Cliff at Christmas. Mit all den großen Weihnachtsklassikern und vielen neuen Songs. Nächsten Donnerstag bei Kommissar Rex. Vitamine, die den Tod bringen. Wow, gut Rex. Erpresser halten Wien in Atem. Wenn Sie vier bis sechs Zigaretten nehmen, können Sie mühelos eine tödliche Menge Gift herstellen. Und fordern ein hohes Lösegeld. Doch Marc glaubt, dass etwas anderes dahinter steckt. Was ist, wenn es ein persönliches Motiv war? Und die paar Fröhnen aus dem Supermarkt waren nur zu Irreführung gedacht. Kommissar Rex mit neuen Folgen. Nächsten Donnerstag in Sat.1. In der Gong-Show kann jeder sein Talent beweisen. Deine Mutter ist eine Hüpfbogen. Ihr Mata ist eine Jump-Kassel. Doch nicht jeder kommt an dieser Jury vorbei. Axel, der Klöppel, mach nicht gleich kaputt, ja? Die Gong-Show mit Markus Schrölein, Samstag 19.15 Uhr in Sat.1. Die Nacht Sat.1 Nachrichten. Razzia im Kalifatstaat. Polizei durchsucht bundesweit über 1000 Wohnungen von Anhängern des Islamischen von der Metallisten Metin Kaplan. Mehr dazu um 0.15 Uhr. Danke. Einen. Ich nehme den Weißen. Das bleibt die Ansprüche nicht so. Nicht zwei Mal lang.